So, Leute, willkommen zu meinem Live-Kommentary. Ich bin gerade reingeflogen hier auf Raid in Freifahr-Alle. Mal schauen, ob wir die Lobby noch umdrehen können. Na ja, da noch 4 Kills. Äh, sollten wir es schaffen. Wenn wir den AGR erreichen, jedenfalls. Nein, natürlich nicht der AGR, ist nicht alles. Oh Gott, alter, der lag ja nur minimal zum Glück. So, da war jetzt ein Sniper. Wo ist der Sniper? Ne, der Sniper ist auf der anderen Seite der Map und ich denke, er ist neben mir. Ich sollte vielleicht mal zu gescheiten Uhrzeiten aufnehmen, ne? So, hallo? Ähm, oh hi. Joa, ich weiß jetzt nicht ganz, wo ich hinlaufen soll. Eigentlich bin ich gerne... Alter, nee du. Mach jetzt auch weg. Oh, er wirft sie 4. H-D-X-Pro oder was? Hallo. Mann. Muss ich dem jetzt nachlaufen oder was? Ja. Ah, na toll. Dem auch. Aber aufpassen, dann eine Piste. Könnte wehtun. So, worauf ich jetzt hin? Am besten außen lang. Joa. Da war einer. Also AGR, wie gesagt, dabei. Hallöchen. Oh, da ist er auch schon. Hier, Fressin. Wah. Alter, der hat mich aber schockt. Ah, scheiße. Okay, er ist auch weitergelaufen. Da ist einer unten. Au. Okay. Woh. Ah, diese Leute weg. Ist da Angst oder wie? Ja, guck mal, der hat Angst. Der hat Angst. Haha. Okay. Bleibt da. Ich brauche euch alle noch, wenn ich einen Schwarm haben will. Oh, er spawnt da nochmal. Hi. Okay, war vielleicht doch nicht er. Sonst hätte er es vielleicht ein bisschen besser geblickt. Ich hole mir lieber den da. Okay, da oben haben wir einen Schwitzer. Das hört man schon am Scar-Schalldimpfer-Aufsatz. Daran hört man das am Aufsatz. Das muss ein Schwitzer sein. So, komm hier. Friss direkt mal meinen Schwarm. So, guck mal. Jetzt kommt er wie süß. Haha. Hallo. Naja. Ähm. Ja, ich meine es ernst. Really. So, tja. Jetzt wollte ich, glaube ich, nicht mehr viel machen. Hoffe ich jedenfalls. Also, vielleicht noch sterben. Uah. Alter, der hat mich erschrocken. Oh, da ist noch einer hinten. Oh. So viel dazu, ne? Hallo. Oh. Ähm. Schwarm, mach doch noch vier Kills. Ich habe das doch gelaufen gehört, Kollegen. Oh. Nein. Haha. No. Jetzt bin ich natürlich noch mal gestorben. Alles klar. Okay. Hinter mir kommt gleich einer. Ei. Oh nein. Sterb mich nur ein zweites Mal. Oh nein. Das ist ein Sniper. Oh, ich gehe hier lang. So. Na, 30-1. Kacke. Dumm gestorben. Aber naja. Was soll man tun? Ich denke, es ist trotzdem okay. Thanks. Good job. Schreibt er. Ich würde sagen, wir sehen uns wieder im nächsten Live-Kommentary. Bis dahin, Leute. 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 Vielen Dank.